Hallo, ich bin die Effert aus der Stuttgart und wir haben jetzt wieder einmal eine wunderschöne Woche in diesem schönen Paradies in der Finca Consell verbracht. Es war grauenhaft schön und alle Wünsche wurden erfüllt. Es gibt kein Wunsch offen, der Matteo ist der liebste Vermieter der Welt. Er ist immer für einen da und die Marke, also Mercedes, sorgen im Hintergrund dafür, dass der Abwasch gemacht wird, dass die Bettwäsche gewechselt wird, dass die Betten gemacht sind, entsorgen einen den Müll und sorgen, dass die Finca einfach sauber ist. Und es geschieht ganz unauffällig, so dass man nicht gestört ist. Und wir haben uns hier einfach ringsum wohlgefühlt und uns erholen können, besonders an diesem wunderschönen Pool, der auch mit sauber ist und täglich gereinigt wird. Und ja, allein diese Natur und dieser Pool auch in Kombination mit diesen lieben Tieren die hier auf der Finca leben, nämlich das Pferd Sennachs, die Hündin Bolka und der Papagei Paco, die schon alleine sorgen für Entspannung. Und auch das Örtchen Consell ist ganz nett, mit einem netten Bäcker und ein paar kleinen Supermärkten. Ist ganz gut zur Selbstversorgung. Also wir haben uns ringsum wohlgefühlt und kommen jederzeit gerne wieder und freuen uns jetzt schon auf das nächste Mal. Und es fällt uns wahnsinnig schwer, jetzt zu gehen. Dann wünschen wir allen viel Spaß zu diesen Finca-Megen und adios! Bis bald! Finca-Jorka. Urlaub dir was!